Liebe Karnevalisten, Kinderprinz der 406. Session der Dammer Karnevalsgesellschaft von 16.14 Lieber Moritz, als Zeichen deiner Amtswürde verleiht mein Kollege André von der Heide dir den Kinderprinzenorden sowie den aktuellen Sessionsorden. Es begrüßt euch, ihr Narren von Damensia, ein Kinderprinz mit ganz viel Haar. Eigentlich fiel ich Basketball, doch mein Herz schlägt für den Dammer Karneval. Moritz der Erste werde ich nun genannt und regiere ab heute das Dammer-Narrenland. Ich freue mich riesig auf die kommende Zeit, es wird der Hammer, macht euch bereit. Max und Moritz, wir zwei beiden, mögen uns schon lange leiden. Deshalb war der Weg klar und jetzt am besten, als Moritz kam zu mir in den Dammer-Westen. Hello, ich bin Jan-Henry und werde im Narrenland jetzt nur noch Rationant genannt. Ich bin Johan, ein echter Enneking. Baggerfahren ist voll mein Ding. Als Schlagzeuger gebe ich richtig Gas. Auch Handballspielen macht mir Spaß. Auf Wiedersehen. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018